Das Glas drückt von oben auf das Papier. Ein einzelnes Blatt würde sich sofort verbiegen, da es in der Richtung des Drückens sehr dünn ist. Ein gefaltetes Blatt ist nun aber, von vorne betrachtet, also in der Richtung des Drückens, plötzlich sehr dick. Ein so dickes Blattpapier kann das Glas nicht verbiegen. Das Glas könnte lediglich durch das Drücken von oben die Falten seitlich auseinanderdrücken. Neben jeder Falte ist jedoch eine andere Falte, die ebenfalls auseinandergedrückt wird und so das Auseinanderdrücken der Falte nebenan verhindert. Die Falten am Rand des Glases haben keinen Gegenspieler, allerdings müssten sie beim Auseinanderdrücken die freien verbleibenden Falten wegschieben. Das verhindert die Reibung jeder einzelnen verbleibenden Faltenspitze mit der Auflagefläche. Denn unter dem Mikroskop betrachtet sind die Faltenspitzen aus Papier und die Auflagefläche eher rau und können sich so ineinander verhaken. Die Falten am Rand des Glases Untertitelung des ZDF, 2020